Ich habe mein Leben lang gezeichnet, meine Eltern, mein Bruder, meine Odyssee. Was, du hast nichts für mich? Willst du mich verarschen? Ich war 13 Jahre alt und hatte die Verantwortung für meinen Bruder. Wir mussten fliehen. Weit weg. Bei den Straßenkindern fanden wir Zuflucht. Doch nur kurz. Auch da fanden uns die Dämonen. Wir mussten weiter. Über die Flüsse. Das soll so gut aufhören! Es soll alles wieder so viel früher! Der Preis für die Fähre waren wir. Läuft das Geschäft? Man hat uns verfüttert. Verkauft. Eingesperrt. Ich will, dass ihr mich Papa nennt. Und eure Mama? Nennt ihr einfach Mama? Wir flohen erneut und wurden aufgenommen von Zirkusleuten. Das lichte Manege hat uns beschützt. Im Zauber der Farben fanden wir die Freude wieder. Ich lernte zu lieben und wurde erwachsen. Die reinste Schönheit von Kopf bis Fuß. Aber unsere Freiheit hatten wir noch nicht gefunden. Hände hoch! Bewegt euch! Und die Geschichte unserer Flucht war noch lange nicht vorbei. Du kleiner Ratte! Wenn du möchtest, dann erzähl ich dir davon. Wenn du möchtest, dann bist du möchtest, dann bist du möchtest.